Warum pflegen wir? Weil jeder Tag neue Herausforderungen bringt. Ich lege Ihnen jetzt das Pulsoximetriekabel an und neben der Routine Professionalität verlangt wird, weil der Mensch vor mir im Mittelpunkt steht, egal in welcher Situation er sich befindet. Weil ich Menschen in kritischen Lebenslagen unterstützen kann. Und auch die Angehörigen ein Teil meiner Pflege sind. Weil ich durch Wissen und Erfahrung Vertrauen schaffen kann. Weil mich die Vielfalt des Berufes immer wieder fordert. Und weil ich durch Einfühlungsvermögen Sicherheit bieten kann. Weil kleine Dinge eine grosse Wirkung haben. Weil jeder Schritt zählt. Weil jeder Schritt zählt. Weil es Momente gibt, die auch mir Kraft geben. Weil es mehr als ein Beruf ist. Also ein Beruf. Genere ich machen deine Fraktion. Aber ich sage mich noch nicht. Ich sage mal, ich sage mal, dass ich dich nicht zufrieden kann. Ich sage mal, dass wir jetzt nicht zufrieden können. Vielen Dank.